Die Menschen singen stark, die Vox-Menschen singen stark, wir singen talentiert, wir singen stark, wir singen solidarisch, wir singen kämpferisch und wir werden nie aufgeben. Justice for more, babe! Justice for more, babe! Justice for more, babe! Und an alle anderen Communities, an alle anderen Menschen, die hier mit uns stehen, will ich euch nochmal unsere Riesen-Dankbarkeit geben und diese Dankbarkeit geht sowohl an ihr, als auch zu euch. Und ich wünsche mir, dass diese Kommunikation auch so selten zu reden ist, die so selten zu sehen ist, die so selten überhaupt nicht immer hier in Deutschland hat, dass sie nicht mehr auch ausdrückt und ich sage, dass ich mich fühle nach dem Mord von Mohammed und nach Sochi, dass ich mich hier in Deutschland habe gewohnt. Der Vorstandsvorsitzende vom Glücks-Saintie-EV, wenn er mich hören...